So, eine weitere Runde im Stadion. Mal sehen, ob ich das andere auch hochlade. Muss ich mal gucken. Je nachdem, wie das jetzt hier läuft. Weil ich das andere nicht hochgeladen habe, sage ich dazu nur mal. Weil die Leute wollten sich die Physik ein bisschen angucken. Deswegen machen wir gerade mal Derby, weil sonst kommt das ja so gut wie nie vor. Und ich mache das normalerweise auch nicht so gerne, weil ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, wie das wirklich funktioniert. Dann muss häng ich gerade. Okay, das war ein bisschen komisch. Ja, stimmt irgendwas nicht. Ja, ich kann leider nicht resetten. Ja, fahrt mich nur kaputt und ich kann nichts machen. Es ist jetzt ein bisschen albern. Oh, ich habe einen Tagdown kassiert. Schön. Okay, das war jetzt albern. Was ist denn jetzt los? So, jetzt geht's. Okay, das war jetzt ein bisschen albern. Aber gucken wir mal, ob wir einen Tagdown irgendwo dazu kriegen. Vielleicht ein paar Punkte gemacht. Ich weiß es nicht. Nee, das lohnt sich nicht. Ja, zumindest mal erwischt. So ein paar Punkte machen hier. Oh, die stehen mir schön da. So, der dreht sich. Den kriegen wir auch. Na, geht doch. Takedown Assists habe ich gerade gekriegt. Oh. Der kam Goats. Oh, der, wo will der denn hinfliegen? Ich weiß nicht, wo der hingeflogen. Ach doch, da oben. Der hängt auf dem Zaun. So, komm, komm. Ich kriege mal. Ja, nachschauen. Nicht gedreht. So, da hinten stehen noch ein paar. Oh nein, ich wollte den eigentlich erwischen. Ach, nee. Bei mir klappt das irgendwie immer. Bei den anderen schaffe ich es nicht. Oh, komm, drehe mich um. Nicht schon wieder. Leute, dreht mich. Danke. Ja, viel ist von meinem Auto nicht übrig. Aber ich fahre noch. So, mal gucken. Oh nein, 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 nein. Mich hat es verwissen. Ja, komm, wir müssen noch einen hier kriegen. Ich fahre irgendwie an allen vorbei. Das war gar nicht mein Ziel. Oh, das war nicht gut. Oh nein, nein, nein. Damit ist mein Takedown drin. Oh, ich... Hab drei Takedowns mittlerweile auch angerechnet bekommen. Und innen von der Platzierung war ich ganz okay. Was mich ein bisschen wundert. Nee, achso, der brennt. Ah, Mist, das war der Falsche. Ich erinnere mich zumindest hinten erwischt. Oh. Ah, bin ich unglücklich zwischengeraten. Oh, weiß nicht, ob der da festhingst. Ich hatte so den Eindruck. Oh, der hat halt weh. Ja, wenigstens erwischt. Geht doch. Ah, ne, da komme ich nicht ran. Aber an den komme ich... Nein, komme ich nicht. Oh, der ist auf mich drauf gefallen. Oh, meinem Auto geht's nicht gut. Gar nicht gut. Von oben erwischt und Takedown. So muss das aussehen. Sagen wir mal gucken. Den noch erwischt. Oh nein, nein, dann bin ich vorbeigefahren. Aber wieder von oben erwischt. Aber dabei bin ich jetzt auch kaputt gegangen. Naja, immerhin vierter. Moment. Ja, 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 ja. Ich stehe super... Oh nein, nicht du. Blöd, Mann. Ich wollte doch die, die sich da zusammengeknobbelt hatten, erwischen. Oh oh. Ich hände fest. Wollte mich mal jemand schubsen? Ich habe ein kleines Problem. Oh nein. Ja, da kommt einer. Dankeschön. Ja, und direkt den nächsten Takedown. Ja, ist okay. Geh weg. Ah, noch einen erwischt. Ah. Der Auto fährt sich gerade ein bisschen komisch. Oh nein, der ist schon kaputt. Schade. Aber da ist wieder Kundschaft. Geht doch. Leider kein Takedown. Aber das kann man ja auch nicht immer haben. Oh. Oh nein, das war anders gedacht. So, einfach mal reinrauschen. Ah, der da, der... Ja, ist kaputt gegangen. Das hilft mir nur leider nicht. War nicht meiner. Übrigens, der eine auf dem Zaun hängt immer noch da. Hm, viel habe ich von meinem Auto nicht mehr. Ja, ich werde gleich in die ewigen Jagdrunde eingehen. Oh nein, 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 nein. Nicht so. Ja, gut. Ich bin immer noch Vierter. So muss das sein. Kommt. Oh nein. Wollte auch den anderen haben. Ja, gut. Habe ich als Fünfter abgeschlossen. Oh, Heavy Hitter. So muss das aussehen. Und damit sehen wir uns zum nächsten Rennen in Breakfast wieder. So, wir fahren mal... Oh nein. Wieder mal ein Oval. Aber ein Teams. Was ganz cool ist eigentlich, wenn ich denn... Mal loskäme. Das war jetzt irgendwie ein bisschen strange. Ich hatte irgendwie leichte Startprobleme. Und Blau macht gerade Punkte. Das ist nicht so gut. Komm, Rot, fahr weiter. Wir brauchen die Punkte. Oh nein, 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 nein. Oh, den Blauen da. Den müssen wir loswerden. Ja, ja. Ich habe genau gesehen, was du vorhattest. Ah, den konnte ich mir nicht entgehen lassen. Aber wieso haben wir nur 62 zu 19? Mist. Ah, jetzt bin ich mit... Ah, ich glaube, ich sehe, warum. Viele Rote sind auf der Strecke geblieben. Oh nein. Oh nein, du Idiot. Was fährst du mir denn in den Weg? Ja, ich fürchte. Ja, ich fürchte, mein Team hat keine Chance. Ich meine, wenn sie schon... ...besuchen, die auch auszuschalten, was ja okay ist. Dann müssen sie halt auch dafür sorgen, dass der Erste abgeschossen wird. Ah, es sind auf jeden Fall einige Blaue, die brennen. Also ich versuche auf jeden Fall ein paar Punkte zu machen, aber dafür muss ich halt auch die Runden absolvieren. Oh, wir hängen gnadenlos hinterher. Oh, wie es hier mittlerweile aussieht. Das reinste Schlachtfeld. Oh, da sind näher rausgeschaltet worden, die ich gerade sehe. Aber es bringt mir leider nichts. Die müssen auch die ganz vorne ausschalten. Die machen einfach zu viele Punkte. Schade eigentlich. Oh. Was sind wir denn? Runde 9 von 10. Tja, das ist leider nicht mehr möglich. Ich weiß nicht, was wäre, wenn wir alle von denen ausschalten würden. Tja. Damit war es das auch bei mir, als Ritzer beendet. Nur, leider bringt mir das nichts. Oh man, ich war von uns jetzt sogar noch der am weitesten vorne, wa? Kann man nichts machen. Bad Red Mans. Ja, so kann man es auch sehen. Warum gerade die letzten in Ziel? Tja, haben wir leider deutlich verloren. Ist aber auch kein Wunder, so wie es gelaufen ist. Wie immer, wir sehen uns beim nächsten Rennen. Okay. Bis zum nächsten Mal.